Aber Leute, was geht 2020, Digga? Was ist los? Leute, bevor es losgeht, kommt auf jeden Fall in meinen Discord rein, Shisha-Lounge. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Leute, kommt da alle rein, da wird's auch oft sein und so. Wir machen da alles. Da gibt's Tipico, da gibt's Talkarmen auch im... Da kann man alles machen. Und ich schwöre dir, wir werden der größte Discord-Server, wenn alles perfekt läuft. Zu krass, auf jeden Fall, kommt rein, yalla. Ja, Leute, heute kein Gameplay im Hintergrund oder Facecam oder so. Damit's ein bisschen Ding kommt, ja, äh, persönlicher. Äh, dieses Thema ist sehr interessant, weil ich saß so zu Hause, ich denk mir so... Mann, Arruin, ich überleg so, ich denk mir so... Ey, voll viele schreiben mir auf Instagram, Bruder, warum bist du ein Nussknacker eigentlich, dies, das? Und ich denk mir so, ja, Mann, ich muss denen eigentlich erklären, warum ich eigentlich so ein Nussknacker bin. Wie hat das Ganze angefangen, von Anfang bis Ende? Weil seit ich auf YouTube bin, bin ich ja so Nussknacker-mäßig. Wisst ihr, was ich mein? Und ich dachte mir, okay, ich erklär euch das mal. Und ich mag's auch nicht so lange zu reden, aber ich reg jetzt extra lange, damit ich auf 10 Minuten komme und auf 5 und auf 6. Aber ich schaff das schon, ich schaff das schon. Kein Problem, Creator Code Assi. Okay, jetzt hört's gut zu. Hört zu! Leute, ich hab ja damals YouTube einfach so aus Spaß angefangen. Oh. Oh! Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mindestens die 1.000 Abos schaffe. Wala, ich dachte, das wird eh nix. So, weißt du? Und ich hab sogar ein Video, Leute, was gar nicht veröffentlicht worden ist, wo ich rede darüber, dass ich sage, ja, ich werd eh niemals großer YouTuber und so. Und Leute, warum, äh, wie soll man noch großer YouTuber werden und so? Und Leute, das Video ist auf nicht gelistet, beziehungsweise auf privat. Ey, wenn ihr Bock habt, liked das Video und ich reagier dann drauf. Und als ich es hochgeladen hab, ich glaub, ich hatte da 150 Abonnenten oder so. Wallah. Auf jeden Fall, ich hab dann langsam angefangen, so aktiv Videos zu drehen damals. Und ich hab auch gar kein Profilbild gehabt, Leute, gar keins. Und ich sitz so am PC und dann hab ich auch so einen Typen kennengelernt, damals noch. Und der hat gesagt, der kann ein bisschen designen und so, okay? Damals noch. Und ich sag dir ehrlich, der konnte gar nicht designen, Wallah. Der konnte gar nicht designen. Ich sag so, ja, kannst du designen? Ey, kannst du mir ein Baba-Profilbild machen? Er sagt direkt, ja, Bruder, natürlich, ich kann so krass designen, dies, das. Ding ist Safi, jetzt bin ich gerettet. Ey, sagt so, was soll ich nehmen als Profilbild? Was willst du da haben? Weißt du, was ich gesagt hab? Hört mal gut so, ich sag so, oh, Mann, ich hab ihm scheißegal, mach irgendeinen Fortnite-Stream, gar keine Ahnung. Der geht am PC, klack, 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 klack. Zack, der findet mir Nussknacker. Ich guck den Nussknacker so an, Leute, ich guck dieses Bild an. Ich denk mir so, Bruder, der sieht doch ein bisschen aus wie so ein Osmaner, so von damals, von Türkei. So diese hohe Hut und diese Schnurrbart, Bruder, so türkisch design. Ich denk mir so, ich hatte den Skin nicht mal gekauft, Wallah, es war Weihnachten, ich hatte gar keinen Bock, den zu kaufen. Obwohl der schon krass aussah so. Der sagt so, ja, soll ich das nehmen, soll ich das nehmen? Ich guck den so an, Bruder, der hat kurdische Nase, ich denk mir, perfekt, der ist eigentlich gut. Ich sag so, Safi, nimm den, nimm den. Und dann hatte ich das als Profilbild, dies, das, ich dachte mir, Safi, perfekt. Und dann, ich sag so, in meinem Bett, ich chill, ich schneid so mein Video. Auf einmal kommt mir so ein Blitzlichtgedanke. BAM! Ich denk mir so, oh mein Gott, wieso ist mir das früher nicht aufgefallen? Ich hätte es doch wissen müssen, es ist... Wir sind ja Türkei geflogen. Meine Tante, die macht so in diese Koffer so Schokolade rein. Ich guck den Namen an von dieser Schokolade, da steht Nussknacker drauf. Ab da! Ich war K.O. Ab da wusste ich, es ist perfekt, dieser Nussknacker. Wallah, jeder Türke, jeder Kurde, jeder kennt das, Bruder. Die bringen in Heimatland immer nur diese Schokolade Nussknacker. Wenn du in Deutschland jemanden fragst, Bruder, kennst du Nussknacker? Alle so, Bruder, was ist das? Ich kenn das nicht und so, ne? Aber ich schwöre, bei Türken, die in der Türkei, die kennen nur diese Marke Nussknacker. Seitdem bin ich der Nussknacker. Aber ich sag euch ehrlich, ich schwöre, manchmal krieg ich Wurz. Ich bin mit meinen Kollegen draußen, wir fahren irgendwo hin, oder wir gehen irgendwo hin, laden oder so. Da ist so ein Nussknacker, der so, ey, Bruder, das ist jetzt alles, du warst, das bist du, Gens, bist du, äh. So, ey, Bruder, halt doch mal deinen Maul jetzt, Mann. Aber ich schwöre, manchmal, ich guck das so an, diese Nussknacker und so, bei Weihnachten. Ich denk mir so, krass, Alter, das bin ich einfach. So, keine Ahnung, ich denk die ganze Zeit, es sind meine Q6 und so. Ich bin so krank geworden. Und ja, das war die Geschichte vom Nussknacker, damit jeder auch mal versteht, warum ich überhaupt diesen Nussknacker habe. Und ja, ach ja, bevor ich gehe, Bruder, merkt ihr gerade, Appared, ABK, KuchenTV, Mimi. Warte, da gibt's gerade miese Beef. Ey, ich hoffe, die erwähnen mich nicht, ich hab gar keinen Bock, mit Beef anzufangen. Meine Videos werden wieder gelb, Bruder, bitte. Lasst mich da raus. Oder vielleicht helfe ich doch ABK oder so, ich glaub, der braucht eh nicht meine Hilfe. Aber, Leute, unterstützt mal alle ABK an die Asiami. Gebt denen nochmal extra Soldaten dahin. Yalla.